Hallöchen und willkommen zu einer kleinen Ankündigung. Leider etwas kurzfristig, aber ihr kennt mich ja, so muss das sein beim Klaus. Zwei Sachen. Einmal morgen Livestream, also Freitag, 29.04. ab 18 Uhr auf twitch.tv. Und ich habe mir eine Kleinigkeit überlegt. Wir werden auf jeden Fall, nein, wir werden nur World of Dark spielen morgen. Denn ich habe mir mal so überlegt. Und zwar geht es in Richtung Challenge. Es wird aber keine von den Challenges sein, die noch offen sind, die von euch vorgeschlagen worden sind. Sondern ich habe mir eine Challenge überlegt, die ich natürlich cool finde, weil ich sie mir überlegt habe. Logisch. Ja, und die werden wir spielen. 18 Uhr geht es los und ich denke, wir werden gegen 22 Uhr Schluss machen. Also vier Stündchen, das sollte ausreichen. Vielleicht hängen wir noch einen halben Stündchen hin und dran. Auch das kennt ihr ja schon von mir. So, zweite Info, ganz kurz. 500 Abonnent Special habe ich nicht vergessen. Ist in Arbeit. Aber, auch da kennt ihr mich ja, ich bin ja bei sowas Perfektionist. Und es dauert leider noch ein bisschen. Mittlerweile sind es 535 Abonnenten. Aber was soll es, je mehr, desto lustiger wird es, wenn am Ende das Video kommt. Und von daher bitte ich euch da noch um etwas Geduld. Es wird bestimmt noch zwei Wochen dauern, bis ich das vollends fertig habe und mir das dann auch so gefällt, wie es ist. Von daher, aber ich habe das nicht vergessen, es kommt auf jeden Fall. Ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen, als schönen Tag noch und bis später, beziehungsweise bis morgen im Livestream. Tschüss. Tschüss. Tschüss.